Du brauchst dringend Investitions- oder Liquiditätshilfen, um die Situation zu überstehen, dein Unternehmen zu verbessern und du sitzt gerade bei der Antragstellung, dann ist die gute Nachricht, dass wir von der X-Group schon seit Jahren unsere Beratung über Videokonferenzen, über Videoportale abbilden. Und das Besondere ist, dass diese Konferenzen auch bis zu 100 Prozent durch Zuschüsse gefördert werden können. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und unser Unternehmen ist zugelassen und zertifiziert. Das bedeutet, wir können nicht nur bundesweit, sondern sogar weltweit Beratung durchführen, weil unsere Berater, über 40 Berater über Videokonferenzen, über digitale Videokonferenzen beraten können, egal wo du sitzt. Und das Gute ist, dass dafür auch Zuschüsse beantragt werden können. Also mindestens 50 bis 100 Prozent aller anfallenden Kosten für unsere Beratung für dich werden als Zuschuss erstattet. Das bedeutet also, brauchst du einen Finanzplan, einen Textplan, eine Marketingberatung, Versicherungssteuer oder eine rechtliche Beratung? Wir haben alle Experten bei uns im Boot. Und die Voraussetzung ist, dass du jetzt Gebrauch machst von einem kostenfreien Erstgespräch, dich kurz beraten, informieren lässt, ob wir dir helfen können und wie wir dir helfen können. Und dann stellst du den Fördermittelantrag. Es dauert in der Regel einen Tag. Und dann können wir sofort mit der Beratung beginnen. Das heißt, egal ob du gründen willst oder in der Krise Unterstützung brauchst, wachsen willst oder dein Unternehmen verkaufen willst. Unsere Berater helfen dir weiter und das auch mit Fördermittel. Also gerne kannst du jetzt unser Video mit Daumen hoch bewerten, unseren Kanal abonnieren, denn wir veröffentlichen jede Woche neue aktuelle Informationen oder du machst jetzt sofort Gebrauch von unserem kostenfreien Erstgespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Entwicklung deines Unternehmens, bei der Überwindung von Krisen und wir helfen dir gerne dabei und sind auch über Jahre gerne deiner Seite Partner und Begleiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.